Hallo und herzlich willkommen zum Weißen Haus Ansprache. Wir verkünden heute die neuen Minister. Minister für die Taubenzüchtung, Nabokka24. Minister für die ganzen verrückten und freaghaften Freakleute, der Freak. Den Jojo für das Kriegsministerium. Deutsches Land. Finanzminister Kupferka-Faiga. Alien-Jäger-Minister der Echse. Hallo. Und für die neuen Technologie-Roboters, Kampfroboters, Minister der Zyper. Konntag. Konnichiwa. Konnichiwa. Wieso muss ich Alien-Minister sein? Ich bin ja schon vergeben, Mann. Ich bin ja verahmend. Dem Schreibtisch. Also ich und Zyperroth arbeiten sehr gut zusammen. Seine Roboter werden bei mir im Krieg eingesetzt. Was? Gottendag. Ja. Echse war eben noch... Echse? Er war hier eben irgendwo noch. Er hat noch gerufen. Da unten ist er. Unten ist er. Okay, Freak. Los. Wir haben mal den Alien... äh, den Monsterding. Ich bin ja, Alter. Boah, wer... Der sitzt denn da... Der ist doch kein Stuhl mehr, das ist doch ne Zumutung. Ohnelei! Was sind die neuen Zerdings? Das sind die neuen Amstsitze. Äh, hier wurde auch jemand umgebracht. Ich hab den Tretor da lang. Äh, ja. Bitte kein... Mr. President, no! Oh nein, der President ist tot. Äh, hast du grad ein Messer in der Hand gehabt? Ne, ich hab mir ne Diege genommen, während ich ne Glock... äh, ne Pistole weggeschmissen hab. Die liegt da unten sogar. Das sah gerade voll so aus, als hättest du da irgendwie ein Messer gehabt und die Identität von Cyberbot genommen. Cyberbot ist tot. Ja. Detective, insipatisch. Wollen die jetzt schon wieder alle unten rum? Ach, ich bin der Deter. Stimmt ja, hab ich ganz vergessen. Ha, ha, ha. Äh, Reaper. Woher weißt du, dass die alle unten rum brennen? Weil hier oben keiner ist. Detective, ich möchte vormerken, ne? Reaper, wusste, dass wir unten sind. Das ist richtig. Ich weiß gar nicht, wenn... Ohne durchlaufe und da keiner ist, ne? Snail, ich weiß gar nicht, wer dich confirmed hat. Da kommt gleich wer runter, Snail. Da kommt gleich wer runter. Alle. Hier, Reaper, Reaper, Banane, Reaper, Banane. Banana. Bananas? Oh, scheiße. Bedeckte. Ah? Okay, der eine ist tot. Ja. Ah, jetzt ist. Party. Okay. Den einen kann man, glaube ich, nicht mehr konfirmen. Hier. Ach, die Taubenzüchter rin. Nein. Schnell. Ey, das ist jetzt voll schiefgehen können. Du gibst ballastvolle D-Tab. Mit dann sowas von Karma. Na, Woka, wenn du jetzt fünf Sekunden länger mit mir in einem Raum bist, werde ich dich umbringen. Ihr hattet mich doch gar nicht abgeschaut, das war ich. Ja, das war Reaper mit der Pump. Trotzdem. Ich bin ganz dreist erst mal zum Präsidenten gegangen, hab erst mal Präsident Cyberbot erschossen. Du kleiner Asi. Dann sah ich euch beide da stehen, dann bin ich hingelaufen, bin dann da wo vorbeigerannt, weil sie war ja meine Kollegin, und hab dann eiskalt den anderen da erschossen. Trotzdem. Hey. Hey. Danke so, hier. Ich hab da recht. Ich bin D-Tigel. Oh, wieso bin ich Inno geworden? Nö, das ist der beste D-Tigel. Lass mich doch mal raus hier. Hey, hey. Jetzt geht doch hier raus, ihr habt eine D-Tigel, Mann. Ich knall dich gleich ab, Reaper, wenn ich hier einfach rausziehe. Wer ist das, Navoka? Navoka? Drück mal da. Drück da. Drück da. Alter. Oh, bist du hin? Lass mich mal da durch. Ja, genau. Ich glaube, ich hab schnell umgebracht. Alter, das ist schlimm. Nein, hast du nicht. Ja, ich hüpf doch. Geh da durch. Alter, was machst du da? Du kannst doch durch diese Lücke durchschnitten. Ich hätte ihn eigentlich gerade sogar umbringen können. Da ist Navoka, hat eine Shotgun. Weg hier. Umbringen, umbringen, sofort umbringen. Ich hab nicht geschossen. Geschossen? Na, Reaper? Bravo? Ja. Hier ist ein Raum mit Büroartikeln. Hier ist ein Raum mit Büroartikeln. Wow. Detail-Lipzig? Was ist das für ein Screenshot, bitte? Hast du Sword-Off? Ja. Kann ich dir schlecht geben. Ist das hier? Ach, ist doch den Navoka kaputt. Ja. Ist jetzt schon wer tot, oder ne? Ey, Jojo, warst du am shoppen? Ich hab hier ein Ding, das war ich. Du hast gemalt, das hab ich nicht gesehen. Du hast gemalt, das hab ich nicht gesehen. Du hast gemalt, das hab ich nicht gesehen. Du hast gemalt. Oh, ich höre da und die scheiß Kameras markieren. Mann, hör auf die Kamera mal zu hören. Aber okay, ich schubsen. Ich hab den ganzen Tag heute Payday gespielt. Okay, was geht hier für eine Party? Habt ihr keine Kamera hier drauf? Ach, Rippa. Der Summercell ist schuld. Schreibe nicht. Oh, schade. Der Summercell ist an allem schuld. Oh nein. Vorsicht, Detail, Detail, lauf! Ich hab durch meine Insti gerannt. Waaah, okay, es. Ähm, warum ist hier Blut? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja. Hey, hey, hört auf die Kür auf der Mache. Ich lache so. Wenn da Blut liegt, dann muss da schon jemand Schaden genommen haben. Muss nicht zwingen. Wow. F-Gas. Ging runter. Ich höre die ganze Zeit irgendwas klicken. Was klickt denn hier die ganze Zeit? Ja, es ist nicht. Was geht da? Oh, einer ist tot. Nix. Der Wetter hat auf mich geschossen irgendwas. Oh. Das sieht doch gerade komisch aus. So, ich muss jetzt hier sneaky wiki. Das ist aber witzig, oder? Ach, nein, 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 der Garth hat mich gesehen. Scheiße. Scheiße, ey. Ah, scheiße, Mann. Aber hier ist doch gerade ein Lash-Hörer hochgegangen. Ey, du schießt mich an? Na, 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 na. Oder so. Das war nur eine Teleportgang. Geil. Das war nur eine Teleportgang. Snail, wir sind die behinderten Trailer, die es gibt, wirklich. Dumm und dümmer. Original. Ihr seid mir gestorben. Also, ich bin runtergefallen und Snail hat sich mit seiner eigenen Slam-Bomb gebracht. Ich hab mir selbst umgebracht. Jemand hat den Aufzug gerufen. Das ist echt schlau. Vor allem, wir haben vorher noch voll über U kommuniziert, ne? Lass das machen, lass das machen und dann beide trotteln, Alter. Einer dümmer als der andere. Ich kann jetzt sagen, was mit PC sagen, aber nee. Da, 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 da. Ja, hallo. Weeper, äh, quick, wollen wir es rausfinden, was passiert, wenn man sich auf den Tisch stellt? Der ist jetzt da oben. Lo, er ist gestorben, oder? Ist er tot? Ich denk mal, er müssen gestorben sein, oder? Ich bin da oben. Da oben sind sie. Wee! Da ist er jetzt wieder tot, oder? Soll ich dich auffangen? Wir möchten das rauswenden. Was passiert da oben? Achso, hier kommt man wieder raus. Achso, ein Reaper schmeißt nichts runter. Ey, mach mal auf, ich merke doch. Nimm mal auf da. Nein. Du darfst nicht hoch. Oh, Brand, 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 Scheiße. Was holst du dir denn sofort wieder runter? Weiß ich nicht, Feuer. Feuer. Kollege, sie wünschen. Feuer. Es ist direkt wieder hoch und runter fahren. Hey, hast du grad voll viel Feuerschaden genommen. Ey, Reaper, was machst du dazu, Alter? Oh, wer schießt. Ey, da hat jemand geschossen. Reaper will nen Data abknallen. Dann töte ihn. So, jetzt der Freak mal hoch. Ich bin auf dem Kindergeburtstag hier. Und tschüss. Wo seid ihr denn? Hi. Ah, Exe will mich umbringen. Ne, ich will mich nicht umbringen. Ich steh neben dir. Du hast mich geboxt. Ich hab nur noch sieben Life. Das wär tödlich. Ich hab mich überhaupt geboxt. Das hab ich gesehen. Du wolltest geboxt. Du hattest vorher schon Low Life. Ja, ich weiß, aber ich wäre tot, wenn du mich treffen würdest. Ich hab auch geschubst. Es war mit Rechtsklick. Ich hab trotzdem Angst. Was zur Hölle? Der hat mir jetzt eigentlich... Achso, nee, das Feuer hat mir die sechs Schaden gemacht. So war das. Ach, hier kommt man auch hierhin. Ach, Reaper. Anscheinend, ja. Hallo, Freak. Ach, fährt wie ein Tisch nach oben, ha? Blau. Ich bin leicht tot, ich bin leicht tot, ich bin leicht tot. Ja! Exe, 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 Exe. Ah, das ist hier verstecken. Ja, hier sind wir sicher. Ja. Exe, es geht runter. Alter, von wo? Yeah! Ja, wir haben es überlegt. Hä, was, Juni? Wir nehmen noch. Ja! Nein, ich hatte einen Traitor-Punkt und ich bin abgerutscht, wobei ich draufstand. Oh, Mann. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Wieso hatte ich nur einen Traitor-Punkt? Karma. Ach, fuck it. Kors auf der Karma. Ich hatte nur einen Credit. Karma is a bitch. Ja, frag dich warum, Friojo. Frag dich warum. So, Snail. Was, Freak? Machen wir jetzt, Willis? Ähm, wir kommen in den Norden, kauf mal. Kopf toll. Dale, bang. Bader bang. Ich werde jetzt auch mal da hoch. Bader bang. 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 Naaay, Snail. Ey, das sieht aus wie du, Freak. Welcher? Geht's? Jetzt. Hier, der. Bader bang. Hier, guck. Ja, stimmt. Ein bisschen Ähnlichkeit ist vorhanden. Und ich glaube, da hat jemand... Hallo, Reaper. Welch, der bist das Reaper. Alter, Snail! Alter, Snail! Xer. Xer. Dein blöden Bild hier. Oh, hier ist schon der... Xer. Alter, hier ist ja richtig was los. Hey, yo, Luftschacht-Party! Was für eine Party? Der ist, was mag ich nicht. Freak, Freak, komm jetzt nicht auf die Idee, dann da hinten die Party drin. Du startest, könnte scheiße ausgehen. Nein, dann beschweren sich immer alle wieder und sagen, ich wäre scheiße. Das liegt schon dir. Uh, hallo, Herr Dete! Oder wer ist... Hä, wer... Wie ist denn der Dete? Nawoka. Also wirklich. Ich hab nicht den Namen gesehen. Sorry. Äh, Freak... Freak hat ein Messer... Freak hat ein Messer, Mann! Was schießt du auf mich? Oh, das schießt du, Mann! Cyberbot hat aber nie wieder auf mich geschossen. Oh, Leute, da liegt eine rosa Waffe da unten. Ich war... Ich war gerade in Deckung. Hi! Ja, und du hast auf mich geschossen, Lieber. Ja, und du hast auf mich geschossen, Lieber. Da liegt eine rosa Waffe unten. Wow! Ja, lass uns mal runter mit dem Ding. Wir sind alle hier. Lass uns doch mal runter! Das ist total mies hier, Alter! Oh, ist das so schwer. Alter, das ist alles hier oben. Alter, die ist heiß! Es ist schlimm. Alter, wir haben jetzt wieder da hinziehen, du Spassel! Nein! Lass uns doch mal runter, verdammt! Hast du auch schon an, wo kommt... Oh, Navoka! Alter, Scheiße! Au! Ja! Da ist es brennt! 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 Oh, Mann! Es brennt! Es brennt! Du hast auch nicht geballert! Du hast auch nicht geballert! Du hast auch nicht geballert! Ja, ich hab auch schon... Wieso wart ihr alle confirmed, Inno? Ey! Ganz einfach, weil du Navo abgeknallt hast! Ich hab's gehört! Ich hab's nicht abgeknallt! Ich hab's nicht gedrode geboxt! Äh... Der kommt auch dasselbe raus! Kurze Frage! Ich hab mit dem... Ich hab mit dem Bloody Knife die ganze Zeit aufm Jojoeig gestochen! Ja, hab ich gesehen! Der ist irgendwie erst nach dem zehnten Mal oder so mitbekommen! Es kann sein! Es kann sein! Es kann sein! Es kann sein, dass der da auch zählt! Ach, verdammt! Also... Also ich hab deinen Bloody Knife dann gehabt, ne? Vielleicht hat er doch noch Maketenwerfer! Reaper, wieso hätte Snays nicht sein können! Der hätte doch auch noch leben können! Äh... Aber Freak, ich bekomm das erst nach dem zehnten Mal mit! Freak, ich war unter dem Tisch, wenn du verreckt bist! Ja, ja! Ja, das kann! Nein! Alle kommen meine Schatten und meine Diegel! Ich hab ne Diegel! Geht! Darf ich den Deto umbringen, weil er ne Diegel hat? Ich hab ein Disco! Also sorry! Dafür sollte ich dich allein jetzt schon umbringen! Wofür? Oh Gott! Für diese Aussage! Welche Aussage? Ja, von Jojo! Wenn dir darf ich den Deto umbringen, der hat ne Diegel! Ja, wieso denn nicht? Bring ihn um! Ja, bring ihn um! Bring ihn um! Ach, Snay! Das war meine Munition! Warte, wo bist du überhaupt? Wieso siehst du nicht? Da steht mein Name drauf! Hä? Na, wo bist du? Ja, Freak ist das! Freak! Wo ist denn dieser Tischraum? It's a Freak! Der ist im Tisch da drin! Alter! Im Tisch drin! Wie hast du das hingekriegt? Ja, aber runterkriegt! Du musst dich, du musst da nur hinhocken! Unter dem Tisch! An der Katze! INSYPARTY! Okay! Irgendjemand wurde da oben umgebracht oder nicht? Nein! Irgendjemand hat mich angeschossen! Ich hab den, ich hab... Hallo! Ich habe den Lüftungshoft aufgemacht! Ey! Snay hat die INSY geworfen! Minus! Ey! Okay! Hat jemand Snay umgebracht! Ich habe Snay umgebracht! Achso du! Ja, wegen der INSY! Ich hab nichts gemacht! Ich wollte ihn umbringen! Alles gut! Ich wollte ihn umbringen! Ihr musst cool bleiben! Warte! Ihr geht beide jetzt weg! It's all cool! It's all cool! Wir gehen beide weg! Wenn ich sterbe, ist es entweder Freak oder Reaper! Wenn ich sterbe! Nee! Weg! 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 Warte! Was auch immer ihr da oben tut! Nicht vercampen da unten Jojo! Bitte wieder hochgehen! Danke! Ach jetzt muss ich hochgehen?! Ja, ab sofort bitte alle immer hoch! Ich bin gerade erstmal hier unten angekommen! Kann mir einer helfen? Ich komme hier nicht mehr weg! Nein! Wieso ist der Raum hier abgeschlossen? Vorhin kam ich da doch mit extra auch rein Diese Rollladen Dort Das da? Ja Ah, jetzt geht's auf, okay Okay, get checked Jetzt hab ich's gerafft Ja, geh doch selbst wieder runter Weiter am Rand Da, nein, da Bin grad so froh Ich Nö, ich mach das jetzt Dann tut's mir leid, aber Nicht mal mehr mit mir zu reden, um mir hinterherzulernen Er war wiederbelebt worden, meine Güte Oh Gott Wer soll ich denn das wissen? Ah Ah, das ist eine Wand Ja, bist du da langgegangen? Alter, bin ich denn grad so verwirrt Alter Am besten immer Wiederbelebung in Betracht ziehen, wenn er nicht redet Ja, aber er rennt mir hinterher Versuch nicht mal kommunikativ zu sein Weil er wiederbelebt wurde Er darf ja nicht reden, wenn er wiederbelebt worden ist Aber er kann doch dastehen und so machen oder so Und jetzt bitte ab sofort nicht nach unten und dort verbarrikadieren Kurz runter Waffe holen ist in Ordnung, aber ansonsten Ich bin ja grad mal angekommen Ich kann mich nicht bewegen Oh Verdi Ist klar, Juni Ich weiß Ich weiß Ich weiß Oh Gott Lässt du mich auch auf, Snae? Nein Ich sterbe, ist es, Snae Und ich bin Data, Snae Versuch's gar nicht erst Nein Du bist doch Tate Ich wollte auch die Digel haben Du bist bestimmt Tate, du hast ja die Detective Kleidung schon gekauft Ja, ich geh immer als erstes hin Ja, meine Digel werden immer geklaut, neuer Ja, direkt runter springt einfach Hm Uh Ach, da ist der Dig da Okay, da kann man dann schön nicht rein Schottgun, Schottgun, ich habe eine schöne Schottgun Wer, wer ist hier? Jojo Ich bin der verdammte Dete Was? Slow Slow Mo Was? Was? Wie kommt das auf die überreichte Logik? Weil man das beinden muss Nein, ich werde das niemals tun Na wo ist Traitor? Okay Was, Bravo? Na licht in der Leiche Die war Inno Na licht in der Leiche Na licht in toter Freak Wow Was für ne Überraschung War Silbo die Einzige, die es gebeindet hatte? Äh Ich habe es auch gebeindet, aber da ich unten war Und von daher außerhalb vom Schuss, ne? Wow Snay Du warst ja so sneaky Ansonsten könnte es nur noch Echse sein, der es gebeindet hat Was habe ich? Echse Wieso könnte es nur noch ich sein? Na wog erst tot, die war Inno Jetzt ernsthaft, oder? Muss doch nicht zwinglichst Äh, wow Wow Da rennt sie Scheiße Ich habe die nicht gesehen Ich habe die nicht gesehen Ich hab die nicht gesehen Ah ja, komm, ist klar Ich brenge die Maske Ich hab die echt nicht gesehen Ich hab die echt nicht gesehen Wow Das Alter Wie oft muss ich noch auf dich schießen, bis du umkippst? Alter Ich hatte die Slowbro Wer war der Zweite? Ich war's Sowas gemein, ich werde dir erstmal einfach hingerichtet. Ich hab 5000 mal auf Exe geballert. Ich hab viel Arbeit lassen, danke. Ich hab halt so schön die Möglichkeit gehabt, mit der Slow-Mo dann Freak umzubringen. Ja, das stimmt. Ja, ich hab gedacht, die Runde wird zu Ende und Schieß erstmal so wahllos rum. Gib's zu, du hast nur drauf gewartet, dass du einen Grund hast, mich umzubringen. Dich? Ja. Ja, auch. Okay, war's noch vor Rundenbeginn oder was? Nach Rundenbeginn. Plasma. Plasma. Das würde ich Unterstellung nennen, Davoca, aber mit berechtigtem Hintergrund. Ja. Ich denke auch. Stattgegeben. Nennen wir es realistisch. Leute, er ist alle gestorben. Wieso ist das? Oh. Der wurde zerquetscht? Kann das sein, dass er zerquetscht wurde? Zerquetscht? Ja genau, Exe. Ich stehe neben dir auch raus. Ich bin jetzt der Petsch von. Nee. Exe. Was machen sie hier? Komm, ich werfe eine Brandgranate in den Ofen. Wenn ich tot bin, ist es Exe. Ich werfe aus dem Ofen raus, da liegt eine Brand drin. Nee. Hier aus dem Ofen. Im Ofen. Inziparty. Oh. Inziparty. 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 Ah nein. Aua. Oh, Freak ist oben. Jojo, wir gehen nicht runter. Oh, Jojo. Alter, der ist nicht ernsthaft da jetzt reingerannt. Lass mich durch. Jojo ist da reingerannt in die... Geil. Jojo ist in die Dings reingerannt in Game World. Ja, und gleich die nächste planten, hä? Alter. Wer auch immer das war, Exe. Exe, du warst das. Was? Ich war es nicht. Exe hat nochmal so ein Ding direkt danach geplantet. Hab ich nicht. Doch. Wow, Freak! Ein Freak! Hey! Jojo! Guck mal, die ganzen Kugeln sollten eigentlich in dir sein. Wieso schießt du denn auf mich? Weil du direkt danach nochmal so eine Mine geplantet hast. Ey, Snail und Naboka sind verschwunden. Hä? Es ist doch keine zweite Mal rumgegangen. Wo ist Snail? Wo ist Snail? Wo ist Snail, Naboka? Der hast du ja auch nur geplantet. Ich wurde davon ja nicht getroffen. Naboka, wo ist Snail? Weiß ich nicht. Ich bin unten gewesen gerade eben. Okay. Jetzt hab ich einen Schaden von nem scheiß Bild bekommen. Ich weiß nicht mal wie man die plantet. Natürlich. Da ist nicht irgendwie so ein fetter roter Finger. Ich hab die Map erst einmal vorher gespielt. Hier bei uns. Und da hatten wir dieses Claymos nie verwendet. Da ist einfach nur ein roter kleineren Finger, den du andrücken musst. Ach so, die werden auch sehr gut. Auch somit. So nicht. Hab ich doch gesagt, man. So nicht, Exe. Lass uns deine Leiche scheißen. Was war das denn? Was passiert? Da hat sich mit nem Messer hinten ran. Wo ist der Doppelgänger? Wo ist der? Stehen wir aus dem Jenseits? Ich hatte keinen Weg. Ich hatte nie mein Messer gekauft. Nein, hab ich nicht. Irgendwas hast du hinter mir gemacht, Exe. Irgendwas. Hab ich nicht. Gar nichts gemacht. So nicht. Und ich wusste, dass Exe ist einfach allein schon, weil er dieses Ding... Er guckt um die Ecke und plantet gleich das nächste. Er ist aber nicht hochgegangen. Ach so. Ja mein ich ja. Ach so, die sieht man. Beim Vorbein, das wusste ich nicht. Hey! Wer schieß denn? Das zweite hab ich wirklich aktiviert. Irgendjemand der in dem Raum da ist. Ich will ja nicht vorgehen. Snell. Hab ich nicht. Ach man. Aber Reaper, ich hab gar nichts gemacht. Das war Jojo. Ich hatte nichts hinter dir in der Hand. Gar nichts. Schickt meine Aufnahme, du hast irgendwas in der Hand gehabt. Ich hab gar nichts in der Hand gehabt. Ich wächst immer zwischen Fäusten und Waffe hin und her. Das irgendwas war das, ey. Ich glaub das war meine Fäuste. Was anderes hätt's nicht sein können. Oh man ey. Aber ich hab's doch gewusst, Exe. Ja ich hab das zweite Ding aktiviert, aber ich wusste nicht, dass das für alle sichtbar ist dann direkt. Bei wie viel sind wir eigentlich? Ich dachte das wäre unsichtbar. 23. Endlich hab ich meine Digi immer wieder bekommen. Ich hab auch schon wieder einen Digi in der Woca und auf der steht dein Name. Ich dachte das wäre unsichtbar. Auf der Kugel oder auf der Digi? Für die Innos. Auf dem Magazin. Oh. Aber ich hatte wirklich nichts in der Hand. Ich hab mir keine weitere Trainer Waffe gekauft. Auf was? Auf den Kopf geschossen? Trotzdem. Für mich sah es halt so aus. Ich hab die ganze Zeit so gewechselt. Warte mal. Nee du bist nicht hier oder? Nee ich bin hier nicht. Komm mal zu dem Ding wo es da unten gibt. Dann zeig ich dir was du gemacht hast. Na Woca? Wo bist du denn? Mache ich gleich. Jojo ist dreimal Dete in Folge oder was? Ich schuck gerade erstmal Na Woca. Jojo hat ein Detektiv was gekauft. Äh 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 äh. Sonst bin ich mir durch. Ey ey du hast geschossen Bude. Freak hat geschossen. Ich schieß die ganze Zeit schon. Mit Na Woca. Mit der Digi der Stragger der mir nicht streut. Ah ja Brems. Wo bist du denn? Lass mal. Ich bin beschäftigt. Ich kopiere die Lupe aus. Ich funktioniert sehr gut in diesem Spiel. Wieber komm mal hier. Dorthin wo es runter geht. Die Lupe funktioniert. Guck was ich gemacht hab. Was für ne Lupe. So wechsel die ganze Zeit. Die Lupe am Schreibtisch hier. Äh Na Woca ist hier. Guck dir das machen. Das mach ich aber total oft so zwischen. Entweder zwischen. Na Woca. Legg mal diese Kugel da auf den Tisch da. Warte. Der hat auch in die Luft geschossen. Der hat auch in die Luft geschossen. Deswegen hab ich's auch gemacht. Nice. Hallo. Ich könnte schwören Freak ist es nicht. Ich könnte schwören Freak ist es nicht. Halt mal drunter Na Woca. Da wärst du schon tot. Du musst das mal mit der Tasse machen. Das funktioniert. Aua. Er steht's auf mich. Cyber Bot war's nicht. Freak ist es nicht. Freak ist es nicht. Na wo. Ja. Bestätig. Warte mal. Da muss nach Na Woca. Snail geschossen hat. Da muss es Snail sein oder nicht. Na wo ist der Einzige nicht hier. Snail war's. Gott. Alle mal Hand auf Snail machen. Dass sie über den Traitor rauchen und wartet. Oh gar nicht. Die kam ja wieder runter. Lol. Snail war oder? RIPA guck mal ich leb noch. Danke lieber Gott. Wieso habt ihr Snail umgebracht? Ja weil es der Einzige nicht hier war. Ähm. Hä und? Nein. Na wo. Du hast mich auf die Schatzes gelegt ne. Ja. Dann bin ich zurückgeprabbt. Aber aus der Map. Dann bin ich über der Map gelaufen. Und dann runter gefallen. Oh. Ähm. Na Woca. Eigentlich wärst du gestorben nach dem Schuss. Aber ich mach 30% weniger Schaden. Mhm. Ey. Also hat Jojo dich gekillt oder was? Ja mit dem Fade aber. Das Fade hat mich umgebracht. Ich hab Max auch noch schnell in Defi geholt. Hab das noch geschrieben. Weil ich dachte Snail lebt noch. Aber das war dann ja. Ja. Oh die Sniper Rifle. Die hab ich noch nie gehabt. Die hab ich noch nie gehabt. Ja genau. Wie sind die so? Sneaper Rifle. Ich wollt die mal austesten. Ist die gut? Welche die TF? Ja die TF2. Ja die ist eigentlich ganz schön. Ja. Aber halt scheiße laut. Geht eigentlich. Aber jetzt nochmal. Geht eigentlich. Meine Runde lagen einmal ne pinke Waffe ne. Mein nächst Pinke. Snail darf ich die haben? Nein. So jetzt aber Jojo. Jojo schieß. Hört doch mal auf euch abzuschneiden. Ich will euch was zeigen. Da snipe halt jemand. Mit der Rifle. Snail hat zuerst geschossen. Ich hab schon nehm. Seid ihr liebt so ein Name und guckt euch die Tasse unter der Lupe an. Nein. Snail wird mich erschießen wenn ich das mache. Ich kann sich das unter der Lupe anschauen. Die Tasse. Ich vertraue Jojo nicht. Ich vertraue Jojo nicht. Snail schießt mich wenn ich mir die angucke. Jojo. Wer schießt jetzt wen? Snail und. Die Tasse. Dass die Lupe funktioniert. So sieht das nicht aus. Jojo hat eine Granate. Jojo hat eine Granate geworfen. Jojo ist das auch. Jojo ist das auch. Wirf. Tu sie da rein. Das hat mal alle Angst. Okay. Ah. Ja. Freak. Ich häng in der Wand. Julia hängt in der Wand fest. Ach das ging so gut. Ah scheiße. Ich hab keine Uni mehr. Ich hab nur die Kackwaffe. Der will mich totschlagen. Ja. Was soll die sonst machen? Letzte Runde. Was soll die denn sonst machen? Letzte Runde. Yay. Als wäre dieser Kackwaffe. Ich hätte lieber eine Scholli nehmen sollen. Äh. Kam Reaper hier noch angelaufen? War das Reaper hier? Ja. Tatsache. Ich hab voll den Rocket Launcher auf dich abgefeuert. Nee. Der ist an mir vorbeigeflogen. Ja. Ich hatte dich genau gerade im Visier und hab ich abgedrückt und dann. Hm. Ja. Das kenn ich von India. Kenn ich sehr gut. Ja. Ja. Du hast genau in dem Augen gekappt und dann mach deinen Schritt zur Seite. Ja. Ja. Kenn ich. Freak. Genau in der Sekunde wo du das Ding da reingeschossen hast, hab ich mir gerade eine Taube gekauft. Ich hab dir ja noch geschrieben raus da. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich bin einfach so gegangen. Gut. Ja. Komm wir funktionieren nicht mehr ohne zu reden. Ist das jetzt die letzte Runde? Ja. 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 Freak und ich funktionieren ohne zu reden. Ey. Ey. Am geilsten war wie extra mich nach vorne hauen oder so. Schließt immer mit einer Diegel. Ich dachte es ist nur eine. Ich hab mir jetzt auch so ganz schnell einfach die Pistole in die Hand genommen. Ey. Ey. Na woher der Diegel. Was? Was ist die Diegel? Freak. Was up Diegel? Was up Diegel? Die Diegel wie dort lag hab ich mir genommen. Was up Diegel. Was up Diegel. Mache ich hier und nicht. Ah ja ich wollte schon eine bessere. Na woher hast du dir die nicht im Traitorshop kaum? Sie war hier. Hier. In diesem Holz da lag sie. Ach da steht auch eine. Ja. Oh. Freak. Was denn? Ich hab mich angegriffen. Warum? Ich hab den nicht angegriffen. Das war der Cent wie du bei Reaper jetzt gerade ne? Oh Freak. Oh Freak. Der hat mich angegriffen. Der hat mich angegriffen. Der hat mich angegriffen. Der hat mich angegriffen. Wow ich hab ihn getroffen. Confirm. Ja toll. Boom. Was für ne Range. Alter ich bin begeistert. Das war ein Headshot oder? Guck doch nach. Hab ich schon. Basen. Ja. Dann ist es nur noch Cyberbot. Weil ich weiß ich bin Inno. Ja. Cyberbot. Er hat dich auch zu schießen. Ja. Jetzt weiß er. Alter. Und mit dieser Regionskrise befeuere ich alle Minister. Minister hier werden alle gefeuert. Die sind alle so scheiße. Ciao. Tschüss.